Den gucken wir uns gleich mal an. Nein. Achso, das ist gar kein Dings. Na gut, alles klar. So, der nächste Kampf wird jetzt etwas böser. Ja, denn da müssen wir demnächst gegen Riku. Und zwar so richtig. Das heißt erstmal... Nein, halt, ich muss doch... Was mache ich denn da? Ich muss doch in die Truhe. Oh, Donald hat sein Finale-Lex hier sogar noch. Geil. Dann nehme ich mir das von Donald. Und gebe Sora das. Und Gufie hat natürlich alles verballert. Aber Gott sei Dank habe ich, bevor ich nach Hollow Bastion gekommen bin, ordentlich eingekauft. Oh, ich habe sogar noch eine Mega-Potion. Die gebe ich Gufie auch mal. Auch wenn er die immer benutzt, wie nichts gut ist. Und Moment, was hat das Biest denn noch? Hat nur HI-Potions und normale Potions, oder? Und noch ein Eta. Ja, das interessiert mich nicht. So, da ich hier jetzt keinen anderen Weg sehe, außer dieses Portal, nutzen wir das auch gleich mal. Ja, damit sind wir wieder in der Eingangshalle. So, den gewonnenen Endkampf von Malefiz will ich natürlich speichern. Ab in den Liftschacht. So, hier halte ich mich jetzt gar nicht erst lange mit den Wichsern auf. Weil man da nämlich runterfallen kann. Das ist echt böse. Na gut, okay. So, dann wollen wir mal. Da haben wir sie. Okay. Okay. Hey, man kann ja fast immer in den Rock gucken. Das Schlüsselloch kann nicht vervollständigt werden, solange die letzte Prinzessin der Harzen noch schlägt. Prinzessin? Kairi ist eine Prinzessin? Ja. Ja. Und ohne ihre Macht bleibt das Schlüsselloch unvollständig. Es wird Zeit, dass sie aufwacht. Wer immer du bist, lass Riko in Frieden. Gib ihm sein Herz zurück. Aber zuerst musst du der Prinzessin ihr Herz wiedergeben. Was? Verstehst du denn nicht? Das Herz der Prinzessin antwortet. Es war immer da. Kairis Herz ist in dir. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Schiebeil. Entschuldigung. Hab ich nicht gesagt. Wer bist du? Weiß auch gar nicht, was das ist. Man nennt mich Ansem. Jener, der die Dunkelheit sucht. Und jetzt werde ich euch befreien, Prinzessin. Der nennt mich Prinzessin. Vervollständigt das Schlüsselloch mit eurer Macht. Öffnet die Tür und führt mich in die ewige Dunkelheit. Zora! Niemals! Vergiss es! Kairis Herz bekommst du niemals! So, jetzt gibt's auf die Fresse. Komm! Komm schon! Komm! Oh, den Kampf muss ich sogar alleine machen. Weiß ich noch! Komm schon! Oh! 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 Zeig mir deine Macht! Jetzt komm schon! Oh Mann! Wir sind nicht da! Jetzt muss ich mir wieder diese tausend Sequenzen hier angucken. Oder was? Bitte sag mir nicht, dass ich... Nee, gut. Ich hab das finale Elix hier noch. Mann. Schade. Gegen Herkules war es einfacher. Bla, 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 bla. Ich find das so geil, dass Goofy da einfach mal gegen diese unsichtbare Mauer eiert. Es hat keinen Zweck. Wissen wir. Das Mädchen hat sein Herz verloren. Sie wacht nicht auf. Was? Du... Du bist nicht Riku. Das Schlüsselloch kann nicht vervollständigt werden, solange die letzte Prinzessin der Harzen noch schlägt. Riku war eine Prinzessin? Prinzessin? Äh, Kairi meine ich. Aber Riku... Riku benimmt sich wie eine. Ja. Und ohne ihre Macht bleibt das Schlüsselloch unvollständig. Es wird Zeit, dass sie aufwacht. Will das überspringen! Wer immer du bist, lass Riku in Frieden. Gib ihm sein Herz zurück. Aber zuerst musst du der Prinzessin ihr Herz wiedergeben. Seine Mutter antwortet. Es war immer da. Kairis Herz ist in dir. Kairi... Kairi ist in mir? Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Sag mir, wer bist du? Man nennt mich... Ansem. Jener, der die Dunkelheit sucht. Wien! Wien! Und jetzt werde ich euch befreien, Prinzessin. Vervollständigt das Schlüsselloch mit eurer Macht. Öffnet die Tür und führt mich in die ewige Dunkelheit. Zora! Vergiss es! Kairis Herz bekommst du niemals! So, Topegi, Ares. Menschen, Jepang! Oh, Ja! 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 Hau! Me ge narc! Ja! 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 O-o-o-o! Ja! 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 Ho-o-o! Oh! Was? Mann. Leute, wisst ihr was? Ich cutte jetzt übrigens mal immer diese blöden Anfangssequenzen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder kämpfen. So, alles klar. Da sind wir wieder. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Hoffentlich. Hoffentlich nicht wir. Alter! Alter! Ich werde einmal ganz kurz, das geht mir nämlich sowieso auf den Sack, ganz kurz meine Dingslis-Leisten mal umändern. Meine Abilities. Weil ich auf der Vierecktaste nämlich gerne parieren möchte. So, und zwar Purzelbaum. Ablegen. Dafür haben wir halt den Reflektor. Tontaube rein. So, werden wir mal schauen. So, und ich cutte, glaube ich, mal wieder. Bis gleich, Leute. So, da geht's auch schon wieder weiter. Mal wieder. Gut, okay, Leute. control! 山 lž! Ja! 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 Aber passar! Das ist der Alter Alter, meine Fresse Der braucht vier Attacken und ich bin weg, oder was? Behinderter Spass, ey So, letzter Versuch, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann hab ich echt keinen Bock mehr So, letzter Versuch jetzt Für heute Ansonsten mach ich das wann anders Feuer 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 Wieso bringt meine Magie nichts bei ihm? Wieso bringt meine Magie nichts bei dir? Huw! Huw! Wir kommen hier! Huw! Huw! Wir sind hier, nehmt! Chorion! Chorion! Alter, wie schnell ist dieser Mongo bitte? Alter, nö, mir reicht's